Brauchst du Gewalt, wirst du nicht alt. Jesse James stellte mit zwanzig in den Schatten jeden Mann, als er eines Tages reumütig beschloss, mit dem Morden aufzuhören und nach Haus zurückzukehren, wo in Hinterrücks sein bester Freund erschoss. Und ähnlich ging es auch John Braun, denn seine Schwäche waren die Frauen. Er schenkte jeder, die er traf, sofort sein Herz und sein Vertrauen. Nacht für Nacht ritt liebevoller in ein anderes Schlafgemach, bis in eine Braut aus Eifersucht er stach. Der Ärmste! So ein verdammtes Frauenzimmer! Wenn ich daran denke, da könnte ich heulen. Dabei war er erst am Anfang seiner Karriere. Genau wie Tom Dooley. Yeah, pur Tom! Auch Tom Dooley war nicht älter, als man schnöde ihn verriet und der Sheriff endlich ihn gefangen nahm. Ehe die Lage er erfasste, hing er schon an einem Aste und man zweifelt, dass er in den Himmel kam. Ein anderer Fall war Sammy Hall als großer Saufkumpan bekannt, bis eines Morgens man ihn tot in seiner Badewanne fand. Eines war an Sammys Ende, allen ihm kannten klar, dass die Wanne voll mit Feuerwasser war. Haha, das ist wenigstens ein kleiner Trost. So geht einer nach dem anderen dahin. So früh und so jung. Keiner wird alt. Wie Bibi the Kid. Alle Mädchen waren hinter ihm her. Das war ja sein Unglück. Jane war jung und unerfahren, als sie traf Billy the Kid. Eine Nacht lang liebten sie sich beide sehr. Er verschwand in alle Winde, da erschien sie mit dem Kinde und ihr Vater drohte mit dem Schießgewehr. Die Hochzeit fand kurz darauf statt, was sollte Billy sonst auch tun. Doch von der Kirche ging er glatt sofort zurück in den Salon. Und doch gab's beim Pokerspielen plötzlich einen wüsten Krach. Heute noch trauert ihm die junge Witwe nach. Ja, ja, es ist traurig, aber wahr. Ja, zum Heulen ist es. Cowboys sterben eben selten im Bett. Und wenn, dann nur in Fremden. Ja, die Welt ist voller Tücken, was der Mensch auch unternimmt. Meistens setzt sein Leben er dabei aufs Spiel. Alle Wege sind beschwerlich und versucht man es mal ehrlich sind. Die anderen längst vor einem schon am Ziel. Doch alles Gold und Geld der Welt hilft dir nichts mehr, wenn plötzlich wer dich überfällt. Und seinen Colt dir drohend vor die Nase hält. Darum spuckt nicht große Pugel, denn sonst weißt ins Gras du bald. Brauchst du Gewalt? Brauchst du Gewalt? Brauchst du Gewalt? Bist du nicht alt? Du bist du alt? Untertitelung des ZDF, 2020